Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder, nein nicht euer Sarraza, aber hier ist der Anton und ich spiele mit dem Sarraza, dem Major, den Leno, den Dennis und dem Curry, wieder ein bisschen Rocket League. Seid ihr bereit Freunde? Habt ihr Lust und Laune? Oh ja! Oh ja! Alle auf Auto! 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 Wir machen eigentlich ein Team mit dem Anton und mit wem noch? Kannst du es sehen? Mit mir! Im Sarraza Team! Okay! Ich mach das! Bam! Machst du den Team oder was? Ja der Rumpel und der Benni sind in dieser Folge leider nicht dabei. Ja leider. Boah hier hat man deutlich mehr Zeit, hier hat man deutlich mehr Zeit. Oh geiles Ding! Oh der Leno, das ist ne Unverschämtheit, ihr habt's wahrscheinlich in den letzten Folgen gesehen. Der Leno ist der Titan, ne? Der kommt! Oh nein! Das gibt's doch nicht! Ja der ist drin, komm! Den hat er echt. Wie viele Befreiungsschläge der sammelt jede Folge. Oh Schad. Curry? Befreiungsschlag, Befreiungsschlag! Ja! Oh mein Gott! Curry die Maschine! Curry, ich wollte dich schon jubeln. Ja, so schnell geht das nicht! Ich war jetzt am Ball! Jawoll! Nochmal! Nein! Vertitscht Leno ist da natürlich, man kann nicht warten bis der rauskommt. Und? Vorbei! Angehalten! Aber leider nicht zufrieden stellen. Lass nicht nochmal rangehen! Nicht nochmal! Warte! Spring daneben! Jetzt! Jetzt! Jetzt geh in die Mitte! Hol den Demager! Kommt! Kommt! Schöne Antonio! Oh nein, jetzt kommt Anton! Wer ist ein Döner? War ein Döner jetzt, ne? Oh! Alter Leno! Nein! Verdammte Scheiße! Beide vom Ball gesprungen! Oh! Oh! Ja! Der Retternot! Hörma! Hörma! Helle, ey! Kommt! Jetzt rein da! Rein da! Ey, was bist du von mir denn? Ah! Gott! Tor raus! Curry, du hast ein Tor raus! Anton ist gerusht! Aber so stark nach vorne! Mit einem Gang! Ja, aber echt richtig krass! Kriegt den Curry jetzt weg, wenn der Ball kommt! Ey, wie unfair du bist! Johann, das war wohl nix! Jawoll! Nein! Oh! Ey, nein! Moment mal! Das ist gerade mega spannend irgendwie, ne? Ja! Beide Leute sind souverän! Und Dennis kriegt mich weg! Also Dennis spielt immer für die Gegner! Entschuldigung, welcher! Schön gemacht, Curry! Schön gemacht! Oh, wird geil! Der Ball zieht mir jetzt! Sauber, Anton! Den Ball nicht! Ah, hier! Yeah! Sehr geil! Oh, Alter! Zerstört! Jetzt möchte ich hole ihn dir! Der Dennis! Ah, da bin ich wieder! Im Spiel! Boah! Sehr schön! Stark! Curry Mann, geh mal raus aus dem Tor! Das ist ein richtiges Fighter-Match hier! Jetzt nochmal! Du musst den Curry einfach wegkicken! Komm! Oh, der kommt nochmal in die Mitte! Der ist nochmal gefährlich! Alter, der haut mich weg! Der haut mich weg! Nein! Der Major! Der Major! Der Major! Diese alte Drecksbarzille! Dennis! Das ist besser, wenn ich schieße! Kick den! Super! Ist wieder safe! Ist gesaafed! Ja, ok! Schön, Anton! Ja, anders geht's nicht, Mann! Komme! Ja, komm! Nein! 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 Traum, Anton! War mein Fehler! Schau mal! Nein, jetzt nicht! Jetzt nicht! Ja, komm doch! Jetzt beginnt! Nein! Der Curry verarscht! Ich bin dumm, aber du! Lern noch Rückpass! Boah! Zurück! Zurück! Alter, willst du mich gerade verarschen, Mann? Ach, ich denn jetzt? Lern noch Rückpass, oder? Nee! Ey, pass auf! Der sieht besser aus! Aus dem Mix, Mensch! Jawohl, jawohl! Jawohl! Das sind die, der Santi! Komm, jetzt mal nach vorne, nach vorne! Warte, kommt in die Mitte? Ah, schade! Schön, Lern noch! Ich dachte gerade, ich lass mich da hinten runterfallen, weil der Beider droppt haben! Nee, nee! Jetzt, jetzt, jetzt! 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 Das haben wir vorbeigediesen! 0-0, Alter! Das bleibt spannend! Der Curry hat schon vier Schüsse von mir pariert, ne? Der Curry ist doof wie du rissen, Mann! Kommt, Jun! Kommt, die Mitte! Ja, beide vorbeigehauen! Nein! Ja, 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 ja! Ja! Yes! Traum! Sehr geil! Sehr geil! Sehr geil! Ich war mir so sicher, ey! Dieser Titscher in der Mitte! Alter! Alter! Super, Anton! Sehr schön! Anton lauert, ey! Okay! Bis grad mochte ich den Anton noch! Okay! So, jetzt ist es raus! Aus von der Wüsterwelt! Sauber! So, erster Weltkontakt! 1 Minute 11 noch! Haben wir gewonnen! Dann haben wir gewonnen! Dann haben wir den Sieg in der Tasche! Oh nein! Das ist kaputt! Nochmal! 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 Versuch's! Melcher, jetzt komm! Jetzt müsst ihr regeln nach vorne! Schön! Oh! Alter! Leute! Bitte! Geil! Abgeblockt! Nein! Jawoll! In die Bande! Hast du alleine oben! Boah nice Melcher! Okay, der kommt jetzt glaube ich zurück wahrscheinlich! So jetzt! Ja, die kommen zurück! Ey! Dennis Mann! Ja was denn? Wir haben kein Speed leider! Ihr haut euch mal gegenseitig bei einem! Jo! Schön! Hammer! Sehr gut! Melcher, komm! Komm 30 Sekunden! Ah fuck! Melcher, wir rein! Wir müssen mal feste... Posis an! Er ist weg, er ist weg! Ich geh wieder zurück, ich geh wieder zurück! Ja! Jetzt Melcher! Achtung! Sehr gut! Melcher! Nein! Achtung! Oh nein! Ah fuck! Jawoll! Zeit Jungs, Zeit Jungs! Einfach weg vom Tor! Wir sind gegen Mobbing! Acht Sekunden! Ey wir brauchen nun mal ein Tor, ey! Oh ne! Nein! Boah! Sauber Leute! Boah! Fast hätten wir da... Bleib mal gut! Bleib mal gut! Faire Sportsmänner! Wir gratulieren! Ey war ein super Spiel, Alter! Kickt euch! War ein super Spiel! Ich fand's auch ganz gut! Ich fand's mega spannend! Der Curry hat sehr sehr viel gehalten! Ultrakrass! Aber der Leno halt auch! Guck! Aber guck mal! Ich hab vier Schüsse und der Curry hat viermal gerettet! Der Curry war viel gerettet! Da kann man ja ruhig mal klatschen! Ja! Das finde ich nett! Danke! Leno war auch gut! Leno ist ein guter Freund von mir! Deswegen muss man auch vorbeischauen! Aber ich hab ja gar nicht geklatscht! Ich hab besonders die Mutter vom Curry unter dem Tisch! So warte geht's! Oh Gott! Jetzt weiß ich warum du so schlecht spielst wie ich! Weißt du was mein Problem bei dem Spiel ist? Ich verpasse immer die Bälle bei den Spielen! Ja! Ich auch! Andauernd! Aber das ist bei jedem so, Alter! Okay! Drei! Zwei! Eins! Go! Vor allem wenn du halt nicht so viel Erfahrung hast wie viele andere hier! Okay Leno! Nice! Leno ist ein Keeper! Oh Gott! Sehr gut! Den haben uns ihm ñ Anton! Äh! Verlust je? Hab dir das gesehen oder gehört? Nein nicht! Okay, bin ich in den vorbe heruvoll? Ist ja in der Mitte? Geht in der Mitte? Chohooi! Wir haben Zeit! Index singt der Anton Mitte! Oh Gott! Äh! Soon hat der Übergangaves gebraut! Sorry! Alles gut alles gut! Ist ja ... Ist ja safe! Schön Dennis? Hey! Deh anticony multiply- Hol ihn dir von der Mitte Deh agricony! Nee Anton spielt voll gut! ...A Destroyer! Nein! Der Anton, dieser Alte, wischt. Ich hatte ihn so safe war, der kommt jetzt. Der kommt schön, der kommt schön! Oh nein! Ja voll. Fuck. Kein Speed mehr. Sauber. Major, alter, super souverän. Ey, Mann. Hast du, Dennis? Ja, Dennis verfährt sich. Oh, schönes Ding! Geil. Das passiert mir auch ständig. Boah! Gratis Gedränge. Ich bin da, ich bin da. Dennis, das stört. Ich hab noch extra angegriffen. Und Lenno, bist du weg? Jetzt rückst du, schieß drauf, schieß drauf! Oh nein, voll in die falsche Richtung, der war nicht im Tor. Achte mal da drauf, Lenno, ja? Ja, 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 ja. Oh, der ist zu lowen, Lenno. Oh, der Dennis hat den doch wegrasiert. Super, Dennis. Ja, Mann. Hast du gehört? Da war der Rasierer. Oh, das ist keiner. Lenno, Leute, aufpassen. Entschuldigung, Lenno. Ich wollte nur recht. Alles gut. Oh, verdammt. Schön, Sarah zwar. Sehr schön. Ja, leider. Ne, der war gut, weil die werden sonst durchgekommen. Nice. Das war Ronaldo. Okay, jetzt, go, go, go. Bleib drin, bleib drin. Bleib drin, ne, bleib drin, bleib drin. Mach nichts. Ich bin da. Oh. Das kommt, das kommt. Nein! Ja! Sauber, sauber. Du Rissen! Okay, später. Sehr gut. Das nächste Mal. 1 zu 0. Sorry, mein Fehler. Ne, war nicht dein Fehler. Du musst als Torwart irgendwie da bleiben. Das ist nur voll schwer dann einzuschätzen, wenn man so unbehäglich wird. Ja. Also. Du kommst auch so schwer in die Luft und so. Ja. Okay, ich bin hinten. Okay, 1 zu 0. Drei Minuten noch. Okay, keiner geht ran. Das kriegen wir noch. Okay, keiner geht ran. Das kriegen wir noch. Nein! Oh, 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 oh. Der Titsch bitter. Schön. Dauber. Oh, verdammt ne Scheiße. Let's, let's Anton. Der Titsch nochmal zurück. Oh. Alter, oh oh. Hast du, hast du easy. Oh, 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 oh. Nice. Bin im Tor. Oh, oh. Alter, sorry. Hau weg, Curry. Nice. Alles gut, alles gut. Nein! Oh, 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 oh. Tor gerade frei. Ja, das ist gefährlich. Ich musste raus. Verdammt. Oh, oh, die kommt. Schön, Major. Major, oder? Mach das super. Nein! Ich hab's extra nochmal abgebremst. Sehr gut. Okay, ab nach hinten. Oh, Entschuldigung, Leno. Entschuldigung. Oh, okay, okay. Über den Dennis fliege. Nein, wechsel. Oh, Leno. Das ist auch Major. Schön, Leno, schön. Gefährlicher Angriff. Oh, Leno. Ja, komm nochmal. Jetzt, jetzt. Mit dem Hinterreifen hab ich's noch versucht. Nein! Oh, schade. Schade. Okay, Kontoschance von denen. Aufpassen. Anton kratzt immer an, ey. Okay, die Mitte, Anton. Wir haben keinen Keeper. Kein Keeper gerade. Boah! Wer hat mich denn dann weggezimmern? Nein! Boah! Oh nein, ich werd hier gerade weggecheckt. Nein! Oh, 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 oh. Der fliegt gut. Leck. Boah! So geht's auch. Dribbel den rein, komm. Jetzt nochmal. Ist einer da? Nein, der geht's schief! Der springt zu weit, der springt zu weit. Jawoll. Der springt zu weit. Mann, der springt. Den Lenno. Warte Pulle. Oh, oh, mein Fehler. Halt verfehlt! Ist weg. Der ist da. Ja, Curry! Wohlt euch! Den habt ihr. Oh, 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 oh! Oh, scheiße! Ey, ich bin immer zu schnell. Ja, bei mir genauso das Problem. Der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Jaaa! Was war ein Traumtor! Was war ein Traumtor! Ein wichtiger Wasser. Ein wichtiges Tor, ne? Und vor allem was war eins. guck mal hier, tack. Das war mega gut. Was geht runter wie Öl gerade? Endlich der Bann gebrochen. Das nennt der kapiturieren, antizipieren. Oh Gott, hast ja schön bei FIFA aufgepasst. Ja, wenn ich auch FIFA gespielt habe, wie jeder irgendwie. Aber 96 hat er gespielt. 96, ich hab da sogar Let's Plays zu FIFA gemacht. Der ist drin! Alter Schwede. Boah, manchmal lässt sich der Ball so schlecht einschätzen. Aber auch... Der Einzige, der bisher so richtig drauf hat, also, ja wohl Curry ist auch sehr gut, ne? Anton ist aber auch gut, also... Sehr schön Curry. Der geht rein. Ja, BAM! Nein! Oh Gott! Nein, warte noch! Oh, Entschuldigung Curry, ich wollte einfach nur Sales machen erstmal. Alter! Das war der knappste Ball bisher. Boah, der wär echt fast reingegangen. Drei, zwei, eins, weg, weg! Boah! Boah, was für spannende Matches das aber sind. Die hat jetzt hier zu dritt leider nur noch. Aber richtig geil. Das ist halt nicht so ein Chaos, ne? Oh, 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 oh! Oh! Scheiße! Richtig schlecht einschätzen gerade, ey. Ja, der geht auch leider. Oh, oh, Hilfe, Hilfe! Ich kann nicht sagen! Prijatdorf, Adolf! Schön! Ich hatte keinen Turbo. Jetzt, Leno, hau ihn! Hau ihn! LENO! Der ist gut! Der ist gut! Der ist safe, Mann! Den hat der Anton. Supergut, Antonio. Schade, Leno, ey. Oh! Titsch weg! Ey, schulde, ich hole! Was ist jetzt los? Haben! Alles safe. Ich roll den in die Mitte. Haben wir raus getoppt, Mann? Nein! Da war der Dennis. Oh, dich schon wieder. Stopp! Alter Major, den holen wir uns, komm! Sehr gut! Ich hab's explodieren gelassen. Drüber! RENO! Nein, der RENO ist draußen! Komm drauf! Oh nein! Scheiße! Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder Apotheker, Mann. Haha! Laut dem mit dem Boost, Alter! Oh! Hab ich verpasst? Alter, was ist denn hier? Nein! Schönen Hunter! Okay, ich bin hinten! Oh, oh, oh! Enno! Nice! Jawoll! Nein! Da hab ich probiert, den so blöd seitwärts zu nehmen. Sorry, sorry! Mitte, Mitte! Oh, den Ball hat da! Jawoll! Jawoll! Oh, shit! Mist! Oh, oh! Jetzt habt ihr Zeit! Nein! Sorry! Haben die nicht, haben die nicht, haben die nicht! Mann, ey! Ah, verdammt, ey! Schön, Major! Gute Konter mit mir! Oh, oh, oh! Der kommt! Ja, ich kann da nicht ran! Jetzt! LENO! Ja! Ja! Ey, den LENO überwunden, Junge! Den LENO überwunden! Ey, was war das denn? Keine Chance! Keine Chance! Ich war dran! Bam! Scheiße, Mann! Ja! Nicht schlecht, ne? Assi! Das war das Siegestor! Assi, ne? Wie Assi! Das war krass! Ey, guck mal, ich hatte die ersten zwei Spiele aufgenommen, die ich aufgenommen habe, so schlecht gespielt und jetzt endlich mal ein sehr gutes! Wurde auch Zeit nach drei Folgen! Wie viele Matches hatten wir? Zwei, ne? Zwei, ja! Boah, dann sind wir ja schon wieder am Ende, ne? Dieser schönen Episode! Ja! Boah, war das schön mit euch! Ne, aber ich muss dann sagen, diese drei Matches sind nochmal wesentlich spannender, ne? Ja, Hammer! Weil es halt nicht so ein Tumult ist auch! Ja, ja! Das ist manchmal dann so völlig unkontrolliert und bing-bong-bang, aber es hat echt Laune gemacht! Ja, und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich schon morgen erscheint! Bis dahin, liebe Freunde! Ciao, bis dahin! 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 Ciao, bis dahin!